In meinem früheren Leben, also bevor ich gelernt habe, wie man mit Frauen flirtet, Frauen erobert und so weiter, habe ich dieselben Fehler gemacht, die du und ich schon hundertmal gemacht haben. Ich erinnere mich an eine Frau, die ich in einer Bar gesehen habe und ich war wie versteinert. Ich wusste einfach, ich muss mit ihr reden, ich weiß nicht wie, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, aber ich weiß, dass Höflichkeit immer punktet. Und deswegen weiß ich jetzt, was ich zu tun habe, ich werde ihr einfach ein Getränk ausgeben. Also bin ich ihr hingegangen, habe Hallo gesagt und habe gesagt, möchtest du was trinken? Und habe ihr dann ein Getränk geholt und habe mich dann mit ihr unterhalten. Und sie hat sich mit mir unterhalten und wir haben ein paar Minuten miteinander verbracht. Und ich habe gedacht, das läuft richtig gut, Dominik. Das war toll. Ich habe mich gut gefühlt. Sie hat mir ein Gefühl gegeben von, ja Andi, du hast alles richtig gemacht. Und nach einer Weile hat sie dann gesagt, sie muss aufs Klo und sie hat sich verabschiedet. Sie hat gesagt, sie kommt gleich wieder. Und als sie das gemacht hat, hat sie mir eine Umarmung gegeben, hat sich auch ganz toll angefühlt und hat mir so auf die Schulter geklopft dabei und ist gegangen. Und dann habe ich sie nie wieder gesehen. Ich habe dort gewartet und gewartet, gewartet. Sie kam einfach nicht wieder. Und nach einer Stunde oder nach einer Dreiviertelstunde oder einer Stunde zwanzig habe ich irgendwann realisiert, was hier passiert ist und bin dann irgendwann gegangen. Okay, alles klar, sie kommt nicht wieder. Bevor wir jetzt darüber sprechen, warum sie das gemacht hat, weil dafür habe ich dir schon ganz, ganz viele Videos aufgenommen. Es ist nicht ihre Schuld, kurzer Spoiler, es ist nicht ihre Schuld, dass sie das macht, weil sie kennt schon so viele Männer, die ihr genau dasselbe angeboten haben. Ein schönes Gespräch, ein Getränk, aber dann lassen diese Männer nicht locker und sie kannte mich nicht. Also es ist nicht ihre Schuld, dass sie davon ausgegangen ist, dass wenn ich damit beginne, dass ich vielleicht einer derselben Kerle bin. Okay, darüber könnten wir noch länger reden, möchte ich aber nicht, weil in meinem Herzen ist nur Liebe für diese Frau. Und wenn du gerade irgendwie negativ reagiert haben solltest, dann ist es die Negativität in deinem Herzen und dann musst du damit Haushalt führen, nicht ich. Mir geht es gut, ich lerne gerne Frauen kennen und deswegen lerne ich auch immer weiter Frauen kennen und das Ganze funktioniert auch für mich. Also, hab mehr Liebe in deinem Herzen und du hast mehr Frauen in deinem Leben. So, warum ich das aber erzähle, ist, weil als sie weggegangen ist, hat sie mir diesen Klopfer auf die Schulter gegeben. Und das hatte einen ganz bestimmten Geschmack. Das hatte etwas, was sich bei mir eingebrannt hat. Und ich habe heute das selbe Gefühl, denselben Geschmack wieder auf meiner Zunge gehabt, als ich mit einem Kerl geredet habe, mit einem Mann. So, was es damit auf sich hat und wieso ich danach diesen Mann nicht mehr im selben Licht gesehen habe und meine Sympathie für ihn und mein Wohlwollen ihm gegenüber ihm zu helfen drastisch gesunken ist, möchte ich dir gleich sagen, denn das ist ein fataler Fehler, den du unbedingt vermeiden solltest. Das ist eines dieser Dinge, die du tust, um extrem unbeliebt zu werden und wodurch du auch sehr schwach wirkst, wenn du das tust. Was das genau ist, was dieser Kerl gemacht hat und was du vermeiden solltest, weil das vielleicht öfter passiert, als du dir bewusst bist. Das erzählen wir dir jetzt. Herzlich willkommen im Freundinnenfinden-Podcast. Dein Podcast, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst. Mein Name ist Andy Friday. Mit dabei Dominik van Arbe, unserem Experten für Selbstbewusstsein. Guten Tag. Ich bin schon sehr gespannt. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Ich bin genauso gespannt wie du als Zuhörer, was mit diesem Mann passiert, in welchem Kontext das Ganze stattgefunden hat. Lass uns loslegen. Spiel Intro. Boom, das Intro kam schnell. Ich freue mich darüber, weil wir wollen das Ganze ein bisschen schneller voranbewegen heute. Denn diese Situation hatte ich gerade mit einem Mann in der kostenlosen Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Dieses Gespräch, diese Analyse ist ja dafür da, damit du herausfindest, wo deine Schwächen und deine Stärken sind, wo deine Fähigkeiten im Flirten sind, welcher Flirt-Typ du bist. Das bedeutet, wie du dann auch bei Frauen punktest, wenn du mit ihnen flirtest, beziehungsweise welche Flirt-Art zu dir so passt, dass das Ganze sich auch organisch und natürlich und gut anfühlt und du ganz natürlich viel besser bei Frauen ankommst. Innerhalb dieses Gesprächs hat dieser Mann aber sehr schnell mir zu erkennen gegeben, und gesagt, ja, ich möchte auf jeden Fall mit euch zusammenarbeiten. Ich will mit dir arbeiten, Andi. Was ist das Coaching? Wie kostet das Coaching? Bla, 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 bla. Wollte ganz viel wissen über das Coaching. Okay. Das klingt ja gut. Genau, hab gedacht, alles klar, du willst darüber erfahren, kein Problem. Normalerweise möchte ich natürlich immer schauen, was für ein Typ Mann bist du, bevor wir dir überhaupt das Angebot machen, mit uns zusammenzuarbeiten, weil bei uns kommt nicht jeder rein ins Coaching. Wir achten da sehr darauf, dass auch nur die richtigen Männer mit den richtigen Werten, den richtigen Vorstellungen und den richtigen Wünschen für Frauen in ihrem Leben auch zu uns ins Coaching kommen, weil, falls du es noch nicht mitbekommen hast, uns ist sehr wichtig, dass es den Frauen auch sehr gut geht, mit denen du flirtest und die du eroberst und dass du die richtige findest. Dazu musst du eben auch imstande sein, Frauen gute Gefühle und ein schönes Geschenk mit deiner Zeit und deiner Anwesenheit, mit deiner Präsenz zu geben. So, dieser Mann hat mir diese Zeit, diese Präsenz, diese Aufmerksamkeit, dieses Geschenk scheinbar gegeben. Er hat die ganze Zeit gesagt, wie toll das ist und klasse und ja, das macht auf jeden Fall Sinn und super, ich mach das auf jeden Fall, ich mach das auf jeden Fall ganz, ganz toll, ja, klasse, können wir heute starten, all diese Versprechungen, all dieses, ja, das ist super, super, super toll. Und es hat mich direkt wieder an diese, an diese Situation erinnert mit der Frau und an dieses, denn dieser Mann ist nicht im Coaching gelandet. Und er ist deswegen nicht im Coaching gelandet, weil mir dann irgendwann klar wurde, dass das alles einfach nur Gelaber ist, ja. Es gibt manchmal diese Arten von Männern, Frauen genauso, aber in dem Kontext ist mir dieser Mann über den Weg gelaufen, die dir ganz viel erzählen, wie toll du bist und wie ganz, ganz viel super funktioniert und dass sie auf jeden Fall etwas machen werden. Aber als ich dann gesagt habe, ja, okay, klasse, dann habe ich jetzt noch ein paar Fragen an dich und wenn die passen, dann können wir fortfahren. Auf einmal hat er dann gesagt, ah nee, hier ist gerade der technische Dienst, ja, ich muss das Büro gleich räumen, das müssen wir leider vertagen. Ah, okay, keine Ahnung, wo der technische Dienst ist, ich habe ihn nicht gesehen. Hast du noch irgendwelche Fragen? Also dann können wir das Ganze auch später fortführen. Also nee, 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 ich muss mir das auch durch den Kopf durchgehen lassen und ich kann das jetzt nicht entscheiden. Also ja, alles gut, entspannt, ja. Ich mache dir hier keinen Druck, irgendwas jetzt zu entscheiden. Du solltest ja wissen, warum du hier bist. Du bist ja immerhin hier und hast gesagt, dass du so Feuer und Flamme bist. Ja, nee, 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 alles gut, ich muss mir das noch durch den Kopf gehen lassen und dann, ich melde mich bei dir. Und wir haben natürlich, wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen, wir kennen doch unseren Pappenheimer. Ich weiß ganz genau, wenn jemand diese Sätze sagt von, nein, 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 alles gut, alles gut und ich melde mich bei dir, dass das halt Quatsch ist und dass dieser Mann einfach irgendeine Angst hat, die er nicht imstande ist, auszusprechen. Aber wenn du nicht imstande bist, deine Ängste auszusprechen, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ja, deswegen ist ganz wichtig, dass wir hier ehrlich miteinander kommunizieren. Ich mit dir, ihr mit uns. Das ist die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Das ist die Basis für eine erfolgreiche Beziehung. Ehrlich seine Bedürfnisse und seine Wünsche äußern. Mein Bedürfnis, mein Wunsch ist glasklar auf den Tisch gelegt. Dominik ist genauso. Wir wollen dir hier einen Einblick geben in die Möglichkeiten, die dein Leben haben könnte, wenn du dich zu mehr Liebe, mehr Mut und mehr Unabhängigkeit entscheidest. Dieses Leben, das du haben könntest, wo Frauen Lust auf dich haben und du eine Partnerin anziehst, die zu dir passt und du das Ganze so weit fortschüllen kannst, dass andere davon inspiriert werden und deine Mitmenschen, andere Kerle, deine Kinder sich so inspiriert fühlen und sagen, hey, das ist genau die Art von Beziehung, die ich auch möchte. Und dass sie sich dann an dich klammern und dir Fragen stellen und dass du ihnen dabei helfen kannst. Das ist das, was den Männern bei uns im Coaching immer wieder passiert, dass die Frau ihnen sagt, danke, dass du in mein Leben getreten bist. Danke, dass du mich angesprochen hast. Und dass sie anfangen, dann sogar ihren Freunden dabei zu helfen, dass die Freunde ebenfalls eine Freundin bekommen. Das ist mein Wunsch. Ich weiß, dass wir das am allerbesten schaffen, wenn wir mit dir eins zu eins zusammenarbeiten. Das bedeutet, das ist unser Hauptberuf, den wir jetzt schon seit einer Dekade machen. Das heißt, wir sind extrem gut darin geschult. Wir sind Experten auf dem Gebiet des Flirtens und des Selbstbewusstseins für dich, für Männer, wie du die Frau eroberst, die du auch wirklich willst. Und das machen wir im Coaching. Dementsprechend, auf dem Tisch glasklar, ist natürlich mein Wunsch, dass du zu uns kommst und sagst, hey, ich habe Lust darauf, ich will diese Entscheidung in meinem Leben treffen, ich habe keinen Bock mehr auf den Frust und auf die Einsamkeit. Wie kriege ich das hin? Und dass wir dir dann sagen können, wie du das hinkriegst. Und wenn du das mit uns zusammen machen möchtest, dann arbeiten wir zusammen, wenn das passt. Ist doch kein Wunder. Das machen wir beruflich und wir sind sehr gut darin. Warum sollten wir das verstecken? Klar, wir sind Coaches. Wir sind nicht einfach nur YouTuber und Podcaster. Wir helfen dir und wir haben diesen Männern, die du hier hinter mir siehst, auf den ganzen Bildern und auf den Fotos, denen haben wir geholfen. Das sind alles reelle Menschen, reelle Männer, die jetzt in Beziehungen sind. Und darum, mein Lieber, ist es so wichtig, dass du mit uns, so wie wir mit dir, ehrlich kommunizierst. Dieser Mann, dieser Mann hat das nicht getan. Er hat aber eine sehr gute Show abgeliefert. Und diese Show, dieses Schauspielern, dieses, ja, ja, doch, auf jeden Fall alles gut, ne, 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 100 Prozent, das ist etwas, was viele Menschen unterbewusst machen und es nicht mal merken, wie es ihren Erfolg bei Frauen komplett ruiniert. Nicht nur hat dieser Mann jetzt sämtliche Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten, ruiniert, weil er danach abgehauen ist und mich belogen hat. So, das ist keine gute Basis für eine Zusammenarbeit. Absolut. Ja? Absolut. Also, das ist ja einfach der Punkt von, es dauert Jahre, um einen guten Ruf zu etablieren, aber in einem Bruchteil einer Sekunde kannst du ihn ruinieren. Will Smith, bestes Beispiel. Jahrelang, jahrzehntelang war er der fröhliche Typ und für Selbstbewusst oder für Selbstentwicklung stand er, hat Menschen dazu animiert, über sich hinaus zu wachsen und immer freundlich zu sein und das Gute im Menschen zu sehen. Und dann dieser Schlag ins Gesicht hat genau das ruiniert. Ja. Es ist, also, das zieht dann einfach so tiefe Kreise. Und natürlich ist dann das Vertrauen dieser Person gegenüber weg. Ja. Also jetzt auch diesem potenziellen Teilnehmer, der seine Chance vertan hat. Was er immer verspielt hat. Und seine Chance auch bei Frauen vertan hat. Ja? Weil er diese, das ist ja nicht einfach nur etwas, was du mal machst. Das ist ja eine Angewohnheit. Das ist ja eine antrainierte Strategie, wie du mit Situationen umgehst, wo du nicht weißt, wie du dich verhalten sollst. Du gibst einfach... Wie du eine Sache im Leben machst, so machst du alles im Leben. Ja, machst du alle Sachen. Du gibst einfach ganz viel Positivität, um deine Unsicherheit zu überdecken und deine Unentscheidungsfähigkeit zu überdecken. Und du gibst ganz viel Positivität, wie dieses Schulterklopfen und dieses Ja, hey, ja, ich bin ganz interessiert an dir. Mach's gut, ich bin gleich wieder da. Klopf, klopf. Um dir ein gutes Gefühl zu geben, damit du wenigstens irgendetwas hast, wenn dieser Mensch dich verlässt. Und... Das ist so eine moralische Hoheit oder so eine moralische... Ich hab moralisch den Wert ausgeglichen, die diese Person jetzt gedacht hat, gehofft hat, dass sie... Also jetzt zum Beispiel gedacht hat, gehofft hat, dass ich mit ihm nach Hause gehe, so als Frau jetzt in diesem Moment. Und gleichzeitig auch so... Das Bier war es genau das wert und so weiter. Also nochmal, wir sagen nicht, die Frau ist schlecht an diesem Punkt. Diese Strategie ist Käse gewesen, die Andi damals geführt hat und wir alle geführt haben. Ja, die Herausforderung für diesen Mann ist es jetzt in Zukunft über... Zunächst mal sich das einzugestehen, dass, was er gemacht hat, einfach nicht ehrlich ist. Und natürlich kann das alles wahr sein. Natürlich kann das wahr sein. Aber wie gesagt, wir machen das schon sehr lange. Ich weiß, wovon ich spreche. Okay, also dieser Typ hat das genauso gemacht, wie viele Menschen, die einfach dir ganz viel, ganz viel Positivität geben wollen, Aufmerksamkeit geben wollen, aber dann zum Schluss einfach verschwinden. Es ist eine Art von Ersatzhandlung. Es ist ein, hey, ich geb dir jetzt ganz viel, weil ich ganz genau weiß, dass ich dir nichts anderes geben werde. So, und deswegen gebe ich dir wenigstens Positivität. Und das ist alles auch ganz okay und ganz fair und gar kein Problem. Wir haben genügend Männer bei uns im Coaching. Wir sind nicht einsam. Es ist alles entspannt. Aber leider hat dieser Kerl eine Gewohnheit, die viele Männer haben. Und bei uns, bei euch, bei unseren Zuschauern, bei den Männern, die sich für uns interessieren, für die Philosophie, die wir verfolgen, sind sehr wenige so. Ja, das weiß ich. Sehr wenige sind Labertaschen. Aber ich glaube, du wirst es gar nicht bemerkt haben, wie du in deinem Leben und in deinem Kommunikation mit Frauen ebenfalls sehr oft etwas gelabert hast, dir selber vorgelabert hast, unterbewusst und es dann ebenfalls nicht durchgezogen hast. Und jedes Mal, wenn wir uns selber etwas vornehmen und sei es auch nur der Wunsch, etwas zu tun und es dann aber nicht tun, dann werden wir deprimiert. Dann fühlen wir uns einfach schlechter. Wir verlieren Selbstvertrauen. Du vertraust dir nur dann selber, wenn du deinem eigenen Wort glauben kannst. Und wenn du dir selber immer wieder sagst, oh, ich würde so gerne mit dieser Frau reden, ich hätte gerne ein tolles Gespräch mit dir, aber du tust es nicht, dann hast du dir immer wieder gesagt, ich habe einen Wunsch, aber ich mache ihn nicht. Ich habe einen Wunsch, aber ich mache ihn nicht. Ich habe einen Wunsch, aber ich mache ihn nicht. Und du wirst immer unselbstbewusster, unselbstbewusster, unselbstbewusster. Und du kannst dir selber immer weniger in den Spiegel blicken und wirst immer einsamer und du schämst dich immer mehr. Und daraus wird mit der Zeit entweder eine Wegschneise, entweder du erkennst das und sagst, ich muss damit aufhören oder du wirst verbittert. Und wenn du verbittert wirst, dann schiebst du entweder die Schuld auf Frauen oder auf andere oder du schiebst sie auf dich selber und du wirst richtig deprimiert. Also das hat kein gutes Ende. Das ist keine schlechte Nachricht. Das ist eine gute Nachricht. Eigentlich ist das die beste Nachricht, die du heute hättest hören können, weil es darf dich befreien. Das Einzige, was zählt, ist, dass du dir selber in den Spiegel gucken kannst. Und das ist sehr befreiend, weil du musst nicht mal irgendwas geschafft haben, irgendwas erreicht haben. Diese Frau muss nicht verrückt nach dir sein, wenn du mit ihr geredet hast. Du musst es einfach nur getan haben, um dir selber zu sagen, ich habe mich wenigstens getraut. Und dann kannst du dir stolz auf den Rücken klopfen. Selber. Nicht so, oh, nee, selber. Ich habe mich was getraut. Das ist geil. Darauf kann ich stolz sein. Das gibt dir Selbstvertrauen. Und je mehr Selbstvertrauen du hast, desto souveräner bist du dann auch in den Gesprächen. Und dann musst du nichts labern, dann musst du nichts erfinden, musst du nichts so tun, als ob du etwas seist, was du nicht bist und irgendwas versprechen, was du nicht halten kannst. Weil alles, was du sagst, aus der Gewohnheit heraus entspringt, dass alles, was du sagst, auch gemacht wird. Dann können Menschen dir mehr vertrauen. Du wirst als vertrauensvoll und als anziehend wahrgenommen, weil wir alle gerne so einen Ruhepol in unserem Leben haben, dem wir vertrauen können. Und es gibt dir einfach eine gewisse Kante, dass du auch imstande bist zu sagen, nein, das gefällt mir nicht. Nee, das mache ich nicht. Dass du sagen kannst, ja, das will ich und nein, das will ich nicht. Grenzen aufziehen und Grenzen zeigen kannst. Und das ist sexy. Das ist so wichtig. Grenzen setzen ist so wichtig. So viele Menschen haben Angst davor. Also besonders Männer, die aus der Nice-Guy-Schiene kommen. Wenn sie entsprechend sich verstellen, der Frauen nicht ganz klar sagen können, was sie von diesem Thema halten und so weiter. Einfach nur, damit sie nicht in die Situation kommen, wo das Ganze vielleicht ein wenig Reibung verursacht. Weil sie haben dann Angst davor. Sie könnte dann plötzlich nicht mehr so positiv gestimmt sein diesen Männern gegenüber. Aber genau diese Reibung ist das, was wichtig ist. Genau diese Reibung sorgt für Anziehung. Das ist, Reibung ist wichtig, um einfach mal das Beispiel zu nennen. Reibung ist wichtig, damit du von der Stelle kommst. Hätten deine Schuhe keine Reibung dem Boden gegenüber, könntest du dich vom Boden abstoßen. Wenn du schon mal versucht hast, auf Glatteis zu laufen, dann wirst du feststellen, okay, da ist keine Reibung, ich komme nicht von der Stelle. Reibung ist wichtig, um nach vorne zu kommen. Und diese, wenn wir Angst vor dieser Reibung haben, dann haben wir halt entsprechend, wie du jetzt auch gerade schon sagst, Angst davor, Grenzen zu setzen. Und das ist so kontraintuitiv. Grenzen sorgen für Verbindung. Wenn wir keine Grenzen setzen, sorgt das dafür, dass niemand uns wirklich kennt und dass wir auch andere nicht kennenlernen können. Weil wir nicht wissen, also andere wissen nicht, wie sie uns zu behandeln haben, wenn wir keine Grenzen setzen. Das ist so sinnvoll. Wenn wir nicht sagen, wofür wir stehen. Stell dir das vor, als ob du eine Masse bist, die undefiniert ist. Wie das Pokémon Ditto. Die Pokémon-Fans. Du bist undefiniert. Niemand weiß, wer du bist. Niemand kann sich auf dich einlassen. Wer ist das denn jetzt? Verstellt er sich? Oder Mokujin, wer Tekken spielt. Wer ist das denn jetzt? Mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Aber wenn du Grenzen aufzeigst, dann wirst du wie ein Puzzlestück. Du zeigst quasi ganz genau, hier sind die Teile, wo du andocken kannst. Das da ist das Stück. Das ist die Nase von meinem Puzzle. Oben, rechts, links, unten. Da kannst du andocken. Und genau richtig, Dominik. Dann wissen andere, woran sie sind. Sie sagen, ah, da kann ich andocken. Das sind die Grenzen. Da kann ich nicht andocken. Aber wenn ich diese Werte habe und diese Lebensvorstellung habe, dann kann ich zu dir passen. Wunderbar. Danke, dass du mir gezeigt hast, wer du bist, damit ich sagen kann, ob ich zu dir passe oder nicht und ich mich dann dir andocken kann als Puzzlestück. So finden wir zusammen. Das hat ja auch dann der Teilnehmer im Gespräch quasi nicht gemacht, wenn er gesagt hat, ich habe hier diese, was war das? Irgendwer kam rein oder so, hast du gesagt? Der technische Dienst angeblich. Also da war kein technischer Dienst, aber das hat er halt einfach gesagt. Genau. Und damit hat er entsprechend gezeigt, okay, ich tue mir schwer, Grenzen zu setzen. Ich tue mir schwer, zu sagen, dass ich das vielleicht doch nicht möchte, dass ich vielleicht Angst vor Veränderung habe, sondern ich muss etwas anderes vorschieben. Etwas anderes vorschieben, um bloß nicht für Mist oder für eine schlechte Stimmung zu sorgen, sondern lieber ist alles gut und ich bin immer noch voll für dich und voll dabei, aber der technische Dienst kommt gerade, ich muss gerade auflegen. Das ist Ausreden. Ausreden. Ausreden sind die größte selbstgemachte Misere, die wir haben. Weil wir wissen ganz genau, was wir tun sollten, aber wir machen es halt trotzdem nicht. Und dann kommen die Ausreden. Ja, ich mache das nicht, weil und weil und weil. Und wie gesagt, ich weiß, dass du höchstwahrscheinlich nicht einer von diesen Männern bist, die viel labern und dann ihre Versprechen nicht einhalten. Ich weiß, dass du wahrscheinlich sogar eher einer von den Männern bist, die sich sogar sehr darauf verlassen, dass wenn sie einem anderen Menschen ein Versprechen gegeben haben, dass sie es dann auch halten wollen. Ja, dass du vertrauenswürdig bist, dass deine Freunde sich auf dich verlassen können. Ich weiß, das sind tolle Eigenschaften. Deswegen, ne, deswegen, Blödgott, schön Männer mit Tiefe, diese ganzen Männer, wir sprechen dieselbe Sprache. So verstehen wir uns ja auch, weil wir dieselben Werte haben. Sonst hätten wir uns nicht zusammen gefunden, du und ich. Ja, ich habe dir ganz genau gesagt, wo mein Puzzlestück Ende ist und du kannst jetzt entscheiden, ja, das passt zu mir oder passt nicht zu mir. Genau das ist ja so, wie es laufen sollte. Aber dennoch, dennoch, mein Lieber, wenn du dann dich nicht traust, bei der Frau dein Interesse zu bekunden und zu sagen, hey, es geht nicht nur darum, Nein zu sagen, es geht auch darum, ganz klar Ja zu sagen und ich finde dich klasse. Ich würde gerne mit dir auf ein Date gehen, lass uns mal was trinken gehen, lass uns mal ein Eis essen gehen, lass uns mal Schlittschuh laufen gehen, was auch immer. Und dann sagt sie, warum denn? Warum? Schau dich mal an, schau mich an. Ich bin ein Mann, du bist eine Frau, ich habe Interesse an dir. Wenn du nicht diese Wahrheit verkörpern kannst mit diesen oder anderen Worten, die Worte sind egal, klammer dich nicht so auf den Worten fest. Es ist die Gewissheit, dass du Ja sagen kannst und die entspringt nur als Kontrast zu der Fähigkeit, dass du auch Nein sagen kannst. Wir müssen beides sagen können. Wenn du eins von beidem nicht kannst, dann kannst du keins von beidem. So einfach ist das. Wenn du nicht Nein sagen kannst, kannst du auch nicht Ja sagen. Wenn du nicht Ja sagen kannst, dann kannst du auch nicht Nein sagen. Und dann deswegen lässt du einfach das Ding über dich. Das hat doch nicht so viel Wert. Also sobald wir halt nicht immer nur Ja sagen, hat das Ja nicht mehr so viel Wert. Okay, der sagt halt sowieso immer Ja. Er ist halt ein formloses Ditto-Pokémon, was auch immer. Also er hat keine Grenze. Sein Haus hat keinen Zaun. Ich weiß nicht, wo es endet, wo es anfängt. Und deswegen parke ich einfach mal in seinem Vorgarten. Passt schon. Genau. Und trampel ihm über sein Blumenbeet. Ja, weil er keine fucking Grenze setzt. Ja. Aber das meinen Menschen gar nicht böse. Wir haben ja vor einigen Wochen mal ein bisschen länger über Grenzen gesprochen. Und das meinen Menschen nicht böse. Wenn wir nicht wissen, wo deine Grenze ist, dann können wir dich auch nicht so behandeln, wie du es möchtest. Und das ist eine so fantastische Nachricht. Für jeden eigentlich. Denn wir alle sollten viel mehr Grenzen setzen. Noch mehr wahrscheinlich. Wenn du glaubst schon, du machst mehr, dann mach noch mehr. Das Nichtsetzen von Grenzen sorgt für Frustration, sorgt für, ah, die Person sieht mich gar nicht so richtig oder die Person ist so egoistisch und so weiter. Aber nee. Durch Kommunikation würde diese andere Person wissen, wo deine Grenze ist und gar nicht mehr so sich verhalten, als wäre sie egoistisch, aus deiner Sicht. Das ist das alte Ding von trenne Persönlichkeit von Verhalten. Wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und du hörst ja wahrscheinlich den Podcast gerade auf der Autobahn, weil fahr vorsichtig und so. Und du bist gerade auf der Überholspur und da kommt gerade der berühmte Audi oder BMW an und fährt mit 300 Sachen hinter dir und gibt dir noch Lichthupe, obwohl du schon ganz schnell fährst. Dann denkst du wahrscheinlich, oh, so ein Arschloch, so ein Idiot, dem zeige ich es. Ich mache jetzt extra langsam und so weiter. Oder auf der anderen Seite, du machst den Platz, aber fühlst dich dabei so unterlegen. Und dann, wenn er weg ist, dann kommt noch wieder Wut auf in dir. Und beides ist nicht besonders gesund, weil in beiden Fällen sagst du, weil er das macht, weil er mir so Lichthupe gibt, ist das eine schlimme Person, eine schlechte Person, so ein Idiot und so weiter. Aber du weißt halt nicht, was bei ihm abgeht. Du weißt halt nicht, ob er jetzt gerade irgendwie rast, um ins Krankenhaus zu fahren, weil seine Tochter einen Unfall hatte oder sowas. Wir müssen Verhalten von Persönlichkeit trennen. Wenn du wüsstest, so, wenn es einen Lichthupen-Code gäbe, so, okay, ich dreimal und dann schalte ich ein grünes Licht an und so weiter und das bedeutet, ich muss ins Krankenhaus, weil jemand, der mir lieb ist, ist gerade da eingeliefert worden und ich habe gerade Panik, dann würdest du ihm Platz machen und es wäre alles gut. Gibt es aber nicht. Das heißt, im Vorfeld, und das ist jetzt irgendwie so ein Seitenarm, auf den ich gerade gekommen bin einfach, aber im Vorfeld, vermute doch einfach mal, dass Menschen es gut meinen. Positive Intention vermuten. Ja. Mann, diese ganzen Basics, diese Basics sind einfach nicht zu vernachlässigen. Jungs, Männer, wir können nicht glauben, ja, ich habe jetzt schon, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt ungefähr, wie es läuft, das passt, ich brauche nicht noch mehr Tipps oder was auch immer, was ich immer wieder mitkriege. Ihr müsst verstehen, Dominik und ich, wir bilden uns stetig weiter. Wir haben jetzt gerade auch Coaches. Er hat einen Coach, ich habe einen Coach. Wir wollen uns ständig weiterentwickeln. Wenn ich nicht lerne, dann bleibe ich stehen, dann werde ich dumm. Ich habe vor, keine Ahnung, sieben Jahren oder was, habe ich mal ein YouTube-Video gemacht. Das kannst du auch noch finden. Das ist eins der ersten, wenn du runter scrollst, wenn du ganz, 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 ganz runter scrollst. Wo ich gesagt habe. Man kann jetzt auch nach Ältestem. Ah ja, stimmt. Das geht ja auch ganz viele Weile. Genau. Und dann kannst du eins von denen finden. Und zwar, wie sehr mir aufgefallen ist, als ich in meinen Ende-20ern war, wie ich mit jedem voranschreitenden Jahr das Jahr als kürzer und kürzer wahrgenommen habe. Und das ist ein Phänomen, das kennen wir alle. Ja, das ist nichts Außergewöhnliches. Warum war es aber so, dass als wir Kinder waren, dass wir jedes Jahr als so reichhaltig und wow, ich habe so viel erlebt dieses Jahr wahrgenommen haben. Es ist, weil wir so viel gelernt haben. Weil wir so viele neue Informationen aufgesaugt haben. Weil wir wie ein Schwamm waren und alles wahrgenommen haben wie zum ersten Mal. Und natürlich, natürlich, weil das Ganze relativ ist, sehen wir dann all diese Menge an neuen Dingen, die wir erlebt haben. Und diese Riesenmenge an Dingen, die muss ja auch einen gewissen Platz erfüllen. Dementsprechend denken wir, es ist ein ganz, ganz, ganz langes, dickes, fettes Jahr gewesen. Und deswegen haben wir das Ganze auch so in Erinnerung. Und ich will nicht nächstes Jahr sterben. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich will auch nicht in 10 Jahren, 5 Jahren, weil das Leben so schnell vorbei sein kann, dann zurückblicken und sagen, Mann, die letzten 50 Jahre sind aber ganz schön schnell vorangeschritten. Das will ich nicht. Schon wieder Weihnachten, ne? Ja, das will ich nicht. Deswegen will ich lernen. Immer lernen. Ja, immer weiter lernen. Lernen ist das Coolste auf der Welt. Über dich, über dich lernen, über deine Beziehungen lernen, über die Art, wie du kommunizierst lernen, neue Fertigkeiten lernen, eine neue Sprache lernen. Das Coolste der Welt. Wenn du mich auf Duolingo finden willst, kannst du das auch finden. Ich liebe Lernen, okay? Und Dominik auch. Und deswegen sind wir Coaches, weil wir das Lernen halt so toll finden und euch ebenfalls dabei helfen wollen, etwas zu lernen. Wie komme ich jetzt auf diese ganze Lern-Tirade? Ich weiß es gar nicht. Basics. Basics, genau. Und wenn jemand sagt, ich weiß das jetzt, ich kriege das jetzt hin, ich habe jetzt eine Freundin. Quatsch. Wenn du eine Freundin hast, dann geht die Reise doch erst richtig los. Die Reise geht doch dann erst richtig los mit dieser Partnerin. Männer glauben, dass die Fähigkeiten, die Gewohnheiten, die sie erlangen müssen, um ihr Ziel zu erreichen, um eine Freundin zu bekommen, um die Fähigkeit zu haben, zu flirten, dass sie die alle ablegen können, wie als wären das nur Mittel zum Zweck gewesen, wie als wäre das nur ein Rucksack, den ich tragen musste, um da anzukommen und jetzt kann ich den ablegen. Und nach einer Weile verlieren sie die Frau, sie verlieren all die Anziehung, die sie aufgebaut haben. Sie sind wieder am genau demselben Startpunkt, weil sie denken, ja, ja, gut, diese Sachen brauche ich jetzt nicht mehr. Das ist wie wenn du schmutzige Zähne hast und du denkst, ah, was soll ich dagegen tun und dein Zahnarzt sagt dir, putze die Zähne, benutze Zahnseide und dann machst du das für ein paar Monate und dann sehen sie irgendwann besser aus und du machst eine Zahnreinigung und dann sehen sie besser aus und dann sagst du, ah, jetzt habe ich mein Ziel erreicht, jetzt muss ich ja nicht mehr Zähne putzen. Also sowas Hirnrissiges und dasselbe ist auch beim Fjörten der Fall. Wahrscheinlich machst du das nicht mal, der Zahnarzt sagt dir, okay, putze Zähne, benutze Zahnseide und so weiter und du sagst, ja, kenne ich schon, hat nicht, so einfach kann es nicht sein oder hat nicht funktioniert, hat beim ersten Mal nicht funktioniert. Ich gehe nicht den langen Weg und mache das vielleicht mal für mindestens drei Tage, sondern, ach, kenne ich schon, gib mir was Besseres, gib mir eine bessere Lösung dafür. Oh ja, 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 ja. Immer, immer, ich weiß schon, wie das funktioniert. Ich brauche einen neuen Tipp, einen neuen Tipp, einen neuen Tipp. Du brauchst nicht mehr Tipps, du musst endlich mal die Tipps anwenden, die wir dir hier ständig geben und dich auch mal angesprochen fühlen, selbst wenn, deswegen habe ich das so auch versucht, in dein Licht zu rücken, als vertrauenswürdiger Mann, als Mann, der für seine Freunde da ist, ja, weil auch das, was dieser Mann gemacht hat und das, was die Frau damals gemacht hat, als mir diesen Tapser auf den Rücken gegeben hat, das ist eine Gewohnheit, die wir meistens gar nicht mal bewusst machen. In den meisten Fällen ist das passiert, das ist nicht bewusst. Es ist eine angelernte Strategie, wie du mit Situationen umgehen sollst, von denen du keine Ahnung hast, wie du sie meistern sollst. Und auch jemand, der sich nicht davon angesprochen fühlt, weil er kein Typ ist, der großartig Dinge verspricht, aber nicht hält, ist du doch der Mann, ansonsten wären wir nicht hier, der sich selber Ziele setzt und die aber nicht konsequent erreicht. Und Ziele sind, also dass du deine Ziele erreichst, ist wichtig. Nehmen wir mal das Konzept Unabhängigkeit. Unabhängigkeit ist etwas, wovon ich sehr gerne und es ist sehr wichtig, dass ich darüber spreche, deswegen spreche ich auch so viel darüber. Aber Unabhängigkeit bedeutet nicht, ich brauche keine Frauen in meinem Leben. Scheiß auf alles. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich hocke zu Hause. Ich habe meinen Fernseher. Das ist nicht was... Trotz. Nicht nur ist das Trotz, es ist Ego. Weil du dir einredest, dass du aufgrund deiner Unabhängigkeit jetzt irgendeinen magischen Zustand erlangt hast, wo du Sachen nicht mehr brauchst. Aber mit der Zeit wird es dann... Mit der Zeit wird es dann immer einsamer und einsamer und du merkst dann irgendwie fehlt doch was. Aber weil das Ego immer noch da ist, wird es schwer da rauszukommen. Deswegen ist es so wichtig, egal von wo du kommst, egal welches Alter du hast, welchen sozioökonomischen Status du hast, wie viel Geld du gemacht hast, wie viel Erfahrung du mit Frauen hast, es ist alles egal. Alles egal. Ab dem Zeitpunkt, wo du hier jetzt gerade dir das Ganze anschaust oder anhörst oder mit uns in der Flirt- und Charisma-Analyse redest. Weil ab diesem Zeitpunkt solltest du wie ein unbeschriebenes Blatt bereit sein zu lernen und über deine toten Winkel zu schauen. Wir schauen auf deine toten Winkel, die Sachen, die du gar nicht mal sehen kannst, die du nicht richtig machst, die bisher schiefgegangen sind und woher das eigentlich kommt, welche Gewohnheiten dafür verantwortlich sind und welche anderen Gewohnheiten wir dafür anstelle davon installieren wollen auf deiner OS, auf deiner Software. Wie du dann auch ganz, ganz, ganz entspannt einen Schritt nach dem anderen vorwärts gehen kannst. Weil es ist ja klar, wenn wir dir einfach irgendeinen eine magische Pille geben würden, dann bräuchtest du dafür nur einmal Geld zahlen. Alles klar, ich schluck die Pille und jetzt habe ich es drauf. Aber so funktioniert das nicht. Wir wollen dir ja neue, du musst neue Gewohnheiten lernen und Gewohnheiten etablieren sich über eine Zeit. Deswegen sagen wir immer wieder, vertrau auf den Prozess. Vertrau auf den Prozess. Das Ganze dauert eine Weile. Unser Coaching geht mindestens drei Monate. Aber in drei Monaten kannst du viel erreichen. Viele Männer haben in dieser Zeit ihre Freundin kennengelernt. Viele Männer haben in dieser Zeit ihr erstes Mal gehabt. Viele Männer haben in dieser Zeit einen Zustand erreicht, von dem sie nur träumen konnten, wo sie sagen, es macht mega Spaß, jetzt Single zu sein. Ich will mehr Frauen kennenlernen. Es ist super cool, dass ich für Frauen ein Geschenk sein kann und nicht immer zu Hause mich wundern muss, wieso das bei anderen klappt und bei mir nicht. Das ist machbar, aber dazu musst du dich committen, musst sagen, ich weiß, dass ich Fehler mache. Ich will daraus lernen. Ich vertraue dem Prozess. Ich werde mir selber keine falschen Versprechungen geben. Ich werde der Frau keine falschen Versprechungen geben. Ich weiß, dass es Energie, Zeit, Geld, Fokus kostet. Und innerhalb dieses Rahmens vertraue ich darauf, dass ich einfach nur einen Schritt nach dem anderen gehe. Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, Baby Steps. Wenn du irgendwann merkst, ich komme so nicht weiter, okay, dann brechen wir diesen Schritt nochmal kleiner. Was ist ein kleinerer Schritt, den du gehen kannst? In jedem Veränderungscoaching ist das wichtig, ob du dich selber coachst oder ob du dich von uns oder irgendjemand anderem coachen lässt. Achte darauf, ob es sich Schritt für Schritt, ob du da kleine Entwicklungsschritte machst mit jedem Schritt. Ja, ob du da mit jedem kleinen Schritt ein bisschen besser wirst, ein bisschen besser wirst, weil das summiert sich auf. Und innerhalb von einem Monat, zwei Monaten, drei Monaten, einem Jahr, zwei Jahre bist du einfach wie ausgewechselt. Komplett anderer Mann. Ja, du, deine 10.0-Version. Ja, es ist so verrückt, weil diese Basics sind einfach Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Vertrauen, Selbstvertrauen. Das spielt alles miteinander. Ja, das ist ein Ökosystem. Das funktioniert nur so. Und wenn du das Ökosystem aus der Balance bringst mit einer Fassade von Ja, ja, ich kriege das hin. Oder wir haben ja, Dominik, du und ich, wir haben ja doch am Wochenende beim kostenlosen Live-Online-Seminar, was wir einmal im Monat geben, haben wir doch auch mit einem Mann gesprochen, der gesagt hat, dass er Probleme hat, dass er das endlich mal hinkriegen will, wenn er mit einer Frau redet, dass sie auch Interesse hat an ihm. Und er kommt nicht weiter. Und dann haben wir ihm einen Impuls gegeben, beziehungsweise eine Frage gestellt innerhalb dieses Impulses. Und er hat gesagt, naja, wenn ich das mache, dann 100 Prozent, dann habe ich Erfolg. Wie meinst du das Erfolg? Was passiert dann? Ja, ja, das ist dann kein Problem. Was heißt kein Problem? Was passiert? Was passiert? Naja, dann lächelt sie und redet weiter mit mir. Okay. Aber das ist doch nicht der Erfolg, den du willst. Und er hat gesagt, ja, ja, stimmt. Okay, gut, das stimmt. Aber mit derselben Inbrunst reden viele darüber, dass sie etwas geschafft haben, was sie noch gar nicht geschafft haben. Weil sie glauben, ja, das reicht mir. Wenn ich das schaffe, wenn ich nur einen Tipp bekomme, dann komme ich weiter. Wenn ich nur wüsste, was ich in der Situation machen soll oder wie ich jetzt mit dieser Frau, wie soll ich mit dieser Frau umgehen oder ich muss einfach nur wissen, wieso sie sich so verhält. Wenn ich nur wüsste, warum sie sich so verhält, dann was? Das Ganze ist wie ein Schlüssel, den du in ein Schlüsselloch stecken möchtest und du denkst, dass nur mit dem ersten Zacken wird sich der Schlüssel schon umdrehen. Ja, ich muss nur mit dem ersten, nur mit der Spitze, ich muss nur mit der Spitze rein, dann klappt das schon. Nein. Ja, das müssen alle Zacken müssen passen. Erst dann lässt sich der Schlüssel umdrehen. Und diese Gewohnheiten, die spielen alle miteinander, dass du dich auf dich verlassen kannst, dass du ehrlich mit dir selber und mit anderem bist, dass du dich zur Unabhängigkeit entscheidest, dass du sagst, hey, ich bin unbeschriebenes Blatt, ich habe noch viel zu lernen, ich will lernen, ja, und ich gehe da voller Demut an die Menschen heran, die mir das beibringen können. Ich meine, nicht nur mich, bin ich geil darauf, dass du demütig zu mir hinkommst. Ich meine damit jedem, der dir helfen kann, jedem, völlig egal wen. Es kann auch jemand sein, der weitaus unter dir in dem sozioökonomischen Status oder in seinen Fähigkeiten steht. Ich habe vor Jahren mal meinen Neffen, der jetzt deutlich älter ist, der ist jetzt ein Teenager, aber vor Jahren war er noch neun, acht oder neun Jahre alt. Und ich habe mir die Fingernägel abgekaut und ich habe mit meiner Schwester gesprochen und sie hat gesagt, ja, er hat damit einfach aufgehört. Und ich so, wie, da hat er damit einfach aufgehört? Und er so, ja, keine Ahnung, du kannst dir mal fragen. Und dann bin ich zu ihm hingegangen. Er ist acht, neun Jahre alt. Ich habe sehr viel erreicht in meinem Leben. So what? Alles unwichtig. In dieser einen Instanz weiß er offensichtlich mehr als ich. Und ich habe ihn nicht nur auf, ich habe ihn nicht auf Augenhöhe gesehen. Ich habe ihn in dieser Instanz über mir gesehen. Ich habe gedacht, okay, Easton, wie hast du das, wie hast du das geschafft? Deine Mama hat mir erzählt, dass du das einfach gemacht hast. Und dann hat er gesagt, ich habe mich einfach dazu entschieden. Okay, was heißt das dazu entschieden? Ich wollte mehr wissen, ich wollte es verstehen. Und dann hat er mir so eine geile Frage gestellt, an die ich mich aber beim besten Willen nicht mehr erinnern kann. Und ich habe ihn schon so oft gefragt, kannst du dich erinnern, was du mir damals gefragt hast? Ich weiß es leider nicht mehr. Aber er hat mir so eine geile Frage gestellt, die bei mir einfach Klick gemacht hat. Es war, ich versuche das einmal ungefähr hinzubekommen, aber ich kann dir nicht sagen, ob es wirklich diese Frage war. Aber es war eine Frage, die wie von einem Coach gestellt wurde. Wunderbar, er hat mich zu meiner eigenen Lösung geführt. Das weiß ich. Er hat irgendwas gefragt im Sinne von, wenn du die Fingernägel kaust, bist du dann glücklicher? Wie sowas. Und ich habe realisiert, ja nee, Mist. Und das hat total geholfen. Also danach habe ich nicht mehr mit den Fingernägel gekaut. Super cool. Wie so ein junger Mann, kleiner Junge, mir dabei helfen konnte, ein Problem zu lösen. Aber das kann ich nur, wenn ich da wirklich voller Demut an diese Sache herantrete und sage, ich weiß das nicht. Und dann eben den Protest auch vertrauen. Das sind die einfachen Dinge. Also Entscheidung treffen. Okay, ja. Okay, ja, habe ich schon mal gehört. Okay, muss ich machen. Ja, mache ich ja. Ich habe mich ja dafür entschieden, sie loszulassen, auch einen Teilnehmer. im Live-Coaching jetzt am letzten Sonntag. Ja, ich habe mich ja schon entschieden, sie loszulassen. Aber redet eine halbe Stunde darüber, wie toll er sie findet. Ja. Das ist nicht unbedingt loslassen. Und das erinnere mich auch gerade an, eine alte Weisheit aus dem Kampfsport, aus dem asiatischen Kampfsport. Keine Ahnung, aus welchem jetzt genau, aber wahrscheinlich sind die da alle sehr überlappend. Denn es heißt Always White Belt. Oh ja. Immer weißer Gürtel. Ja. Egal. Egal wo, wann, wie alt du bist, was du erreicht hast in deinem Leben. Und das ist ja auch so ein Ding, einer der, ich habe letzte Woche ein Video aufgenommen, ein längeres Video für unsere Coaching-Gruppe, die habe ich bei Facebook hochgeladen. Und einer der Teilnehmer hat mich sehr dafür gelobt und habe mich so in die Sterne dafür gelobt, dass ich das gemacht habe und geiler Inhalt, bla, bla, bla und so weiter. Und ja, das war natürlich sehr guter, sehr geiler Inhalt. Kann ich absolut so sagen. Aber ich habe ihm dann gesagt, ganz wichtig, dass du mich nicht so über den Klee lobst und dich damit entsprechend kleiner setzt. Er hat dich Mindset-God genannt. Genau. Und das möchte ich nicht, weil das ist nicht das, ich möchte nicht diese Separation haben. Und ich spreche auch für dich, Andi. Wir möchten nicht diese Separation haben. In diesem Punkt, wo du vielleicht zu uns kommst, ins Coaching, haben wir etwas mehr Wissen als du. Vielleicht deutlich mehr Wissen als du. Deutlich mehr Erfahrung als du. Und können dir da helfen. Aber in einem anderen Punkt, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie ich einen Reifen wechsle. Und du würdest ein Coaching anbieten. Wären die Rollen unterschiedlich. Augenhöhe. Wir sind alle auf Augenhöhe. Aber das heißt nicht, dass wir nicht von jemandem auf Augenhöhe nichts lernen können. Das ist so wichtig, dass wir nicht irgendwie uns kleiner machen, als wir eigentlich sind. Ganz genau. Und vor allem nicht in so einem Starstruck verfallen. Also ich freue mich natürlich, wenn Teilnehmer sagen, okay, jetzt bei der nächsten FMC Live, ich freue mich endlich, dich da in Live zu treffen und so. Geht mir genauso. Das Ding ist aber nur so, ganz wichtig, wir sind alle auf Augenhöhe. Wir sind nicht mehr besonders oder was auch immer, nur weil wir uns dazu entschieden haben, zum Beispiel jetzt hier vor so einer Kamera zu sein, in so einem Mikrofon zu sprechen und so was. Es ist einfach das, was wir gerne machen. Und du machst andere Sachen gerne. und jeder macht das, was er gut kann. Ja, und diese Augenhöhe, die beginnt, ich meine, die beginnt schon am Morgen, wenn du aufstehst und dir selber in den Spiegel guckst und dir entweder sagst, oh Mann, heute wird ein Scheißtag oder du dir halt zuzwinkerst und sagst, na, sexy Typ, du rockst heute die Welt. So, da geht es auch schon los, aber auch im Gespräch mit einer Frau. Schau mal, ich liebe Frauen. Absolut. Ich, auf Englisch gibt es den Begriff adore, im Französischen auch. So, das ist sogar mehr als einfach nur gefallen oder mögen. Das ist Hingabe. Das ist Verehren. Es ist Verehrung. Ich verehre Frauen. Liebend gerne. Das macht mir nicht nur ultra Spaß, weil ich sehe, wie, ich liebe es zu sehen, wenn eine Frau so ein bisschen rot im Gesicht wird und peinlich berührt wird und dann mehr an sich glaubt und dann mit mir zurückflirtet und sag, ah, hör auf damit. Das ist so, so, so schön zu sehen, wenn eine Frau aufblüht, weil genau so sollte es sein. Wir sind der Samen. Ich meine, das ist doch nicht so schwer, das zu verstehen als Konzept. Warum sollten wir das dann nicht auch genau so anwenden, wie wir es wirklich in unserem Inneren verstehen? Der Mann hat einen Samen, er kann einen Samen säen und daraus entsteht dann Leben. Wir brauchen aber einen fruchtbaren Boden, damit das Leben entstehen kann. Und wir wissen mittlerweile natürlich auch, dass dieser fruchtbare Boden, wenn es um die Frau geht, dass sie natürlich auch dort in der Eizelle dort sehr viele DNA drin hat, woraus dieses Leben dann auch zu 50 Prozent entsteht. Und so, aber du setzt den Samen, das ist dein Akt, das ist der Akt des Setzens. Und das ist ein wunderschöner Akt, nicht nur im Schlafzimmer, sondern allein schon bei der Idee, dass sie ein toller Mensch ist. Du setzt diesen Samen in ihren Kopf. Du setzt den Samen, dass sie dir total gefällt. Und du setzt ihn da und du siehst, wie er blüht. Und es ist so schön mit anzusehen, wenn er dann da blüht und sie strahlt vor dir. Das kann aber nicht funktionieren, wenn du ein Ergebnis erwartest, also wenn du willst, dass sie danach dich mag, dass sie danach dir besser aufgeschlossen ist oder dass dann irgendwie mehr zwischen euch passieren wird, dann kannst du es vergessen, weil dann hast du nicht die Unabhängigkeit mitgebracht. Die Unabhängigkeit bedeutet, dass du dich dazu entscheidest, zu geben, um zu geben, ohne etwas zurückzuverlangen. Du gibst es aus der Güte deines Herzens heraus, du brauchst kein Resultat daraus, es gefällt dir einfach, das Geben selber ist das Geschenk, das dir Spaß macht. Und wenn es dir hilft, dann sieh das doch Ganze nicht als einzigartiger Akt, von wegen, okay, Andi hat gesagt, es ist gut, wenn ich eine Frau verehre, dann bringe ich ihr jetzt Blumen an den Arbeitsplatz und sage ihr, dass ich sie liebe vor all ihren Kollegen, weil das ist gut so und damit verehre ich sie und es ist richtig so. Das ist nicht, was ich sage, weil damit hast du keine Unabhängigkeit, weil du hast all deine Hoffnung auf diese eine Frau gelegt und ich kriege das oft in den Kommentaren, immer wieder auf YouTube, es hat mich gerade erst vor kurzem wieder jemand gefragt, ja, soll das heißen, du sprichst jede Frau an oder was? Es ist nicht jede Frau toll, was willst du da, von jeder Frau willst du dann in die Kiste springen oder was? Hast du gar keinen Anspruch? Nee, du hast es nicht verstanden. Ich kann in jeder Frau etwas finden, was mir gefällt, was ich verehren kann. Kann das auch in jedem Mann finden, aber wie der Zufall halt so will, bin ich halt von meiner sexuellen Ausrichtung her mehr an Frauen interessiert und deswegen ist mein Hobby, das halt mehr bei Frauen zu machen, aber ich mache das auch sehr gerne bei Kerlen, weswegen ich das natürlich den Männern im Coaching so beibringe und sie das ebenfalls dann bei den Frauen machen können und das nennen wir Blüte und das ist ein ganzer Meilenstein, das ist ein ganzer Coaching-Bereich innerhalb von unserem Coaching, was die Männer bei uns lernen in der Seduction Mastery und was denen auch extrem viel Spaß macht, weil es einfach wunderschön ist und megacool ist, wenn eine Frau aufblüht und auf einmal mehr Selbstbewusstsein hat und auf einmal ihre Träume selber erfüllt und anfängt Gitarre zu spielen, obwohl sie sich das die ganze Zeit nicht getraut hat oder anfängt vor einem Kubikum Gitarre zu spielen oder ihrem Chef sagt, dass sie gerne Halbzeit arbeiten möchte oder, oder, oder und sie sagt, ja, du hast recht, Andi. Mann, das stimmt, ich kann das, ich kriege das hin. Danke. Und dann strahlt sie und strahlt sich mit so einem Lächeln an, weil sie weiß, dass du ihr das ermöglicht hast. Du hast in ihr gerade Ressourcen aktiviert, die sie nicht wusste, dass sie hat. Und das ist, das ist so ein tolles Gefühl bei jemandem, das zu aktivieren, weswegen mir ja Coaching so sehr Spaß macht, weswegen ich diese ganzen Bilder hier hinter mir habe, weil es so geil ist zu sehen, wenn jemand strahlt durch dein Einwirken und diese Fähigkeit hast du. Aber dazu musst du sagen, ich will das nicht nur bei dieser einen Person, nicht nur bei ihr, denn dann sagst du dir selber, ich habe einen limitierten Speicher an Liebe, ich kann nur einmal am Tag oder einmal am Jahr meine Aufmerksamkeit und meine Zeit und meine Energie jemandem schenken, weil die es begrenzt. Und dann versuchst du das bei dieser einen Frau und bringst dir Blumen an den Arbeitsplatz oder wie auch immer und dann wird da halt nichts draus, weil du halt unbedingt ein Ergebnis willst, weil dann willst du ein Ergebnis. Als ich angefangen habe mit dieser Rede, jetzt gerade vor sieben Minuten, keine Ahnung, habe ich gesagt, ich liebe Frauen. Ich habe nicht gesagt, ich liebe eine Frau oder ich liebe meine Frau. Das stimmt natürlich auch. Ich liebe meine Frau, ich liebe eine bestimmte Frau, wenn sie vor mir steht und ich finde sie einfach toll. Aber ich habe angefangen mit dem Satz, ich liebe Frauen. Allein damit hast du schon die Unabhängigkeit, dass du nicht ein Ergebnis von einer spezifischen Frau brauchst. Du kannst Frauen verehren, kannst sagen, du bist ja klasse, wer bist du denn? Also als du gerade den Raum betreten hast, habe ich gedacht, niemand hier betritt den Raum so elegant und so sexy wie du. Ich musste dich einfach kennenlernen. Warst du früher Tänzerin? Machst du Ballett? Keine Ahnung. Wer bist du denn? Das ist so eine beflügelnde Botschaft für eine Frau, die sie nur sehen und akzeptieren kann, wenn sie das Gefühl hat, dass du das wirklich aus der Güte deines Herzens ohne irgendwas zurückzuverlangen gesagt hast und auch so meinst und so spürst und diese Energie zu geben hast, ohne irgendwas zurückzuwollen in dieser Transaktion. Es ist keine Transaktion. Es ist eine Interaktion, in der du etwas geben kannst und aus diesem Vertrauen auf den Prozess heraus bekommst du auch sehr viel zurück. Mehr als du dir vorstellen könntest. So funktioniert das. Ich möchte gerade nochmal reinhaken bei dem Punkt, also weil einfach so viele Männer da ein Problem damit haben. Bei dem Punkt, weil du sagtest, ich sehe in jeder Frau etwas Schönes, etwas Faszinierendes, etwas, was ich verehren kann. Und wir haben auch entsprechend in der Seduction Mastery die Aufgabe der Cinderella Challenge. Darüber haben wir auch schon mal hier und da im Podcast gesprochen. Und das haben wir unter anderem einfach, weil das ein so wichtiger Punkt ist, die Cinderella Challenge. Da kannst du vielleicht gerade besser erklären, weil du die Challenge formuliert hast. Aber es geht entsprechend darum, einer bestimmten Frau, auf die du nicht stehst, die du vielleicht gar nicht so attraktiv findest, den schönsten Abend ihres Lebens zu bereiten. Und diese, da haben so viele Männer ein Problem davon. Die haben dann, Männer haben dann so Sprüche davon und ich habe das auch vor einiger Zeit hier in einem Podcast mal geteilt, glaube ich, in einem Podcast oder in einem Video in der Facebook-Gruppe, wo dann ein damaliger Kollege von mir gesagt hat, als ich an der Bar gearbeitet habe vor 15 Jahren oder so, besser widerlich als wider nicht. Und das ist so herabwürdigend, einfach der der Frau hingegen. Und dir selber. Und ihn selber. Und dir selber natürlich auch. Natürlich, weil du dich selber auch damit einsortierst. Absolut. Aber genau dieses, also, es ist für uns als Mann ein wichtiger Teil der Reise zur Mannwerdung, dieses, das aus unserem System rauszukriegen, dieser Vergleich. Das ist so wichtig. Wir haben das in so vielen alten Geschichten, jetzt gerade, wo du davon gesprochen hast, in der, in der Männlichkeitsgeschichte schlechthin, die wir in der westlichen Welt uns erzählen, ist also die, die Geschichte vom heiligen Gral. Will ich jetzt gar nicht so weit ausfleischen, aber es gibt der, der, der Held des Ganzen, Parsival, heißt, glaube ich, übersetzt irgendwie der, der Laie oder der, der Idiot oder sowas. Der hat als eine, eine der letzten Aufgaben, die er, die er schaffen muss. Er ist auf so einer Feier und er findet da die, die, die hässlichste Frau auf dieser Feier. Also die, die ist absolut abstoßend und so weiter. Und, und niemand, niemand, niemand schaut ihr entgegen und seine Aufgabe ist es, dass sie sich schön fühlt. Und um das zu machen, muss er all seine, seine komplette, sein, sein Ego hinter sich lassen, seine Reise hinter sich lassen und erst dann darf er ins Schloss, wo der heilige Gral liegt. Das ist sehr, sehr vereinfacht, die Geschichte. Die Geschichte ist faszinierend. Aber das ist, das ist so alt. Wir erzählen uns das seit, seit 2000 Jahren, diese Geschichte. Oder seit, okay, Passivall, das ist so König Arthus, das ist 1500 Jahre oder so. Aber, die, die, die kommt ja halt noch von irgendwo anders her und so weiter. Also wir erzählen uns ja immer die gleiche Geschichte seit 4000 Jahren und so. Aber, das ist so tief in uns als Mann verwurzelt und wir haben so viel Angst davor, dass wir glauben dann irgendwie, okay, wir verlieren unseren Status und so weiter. Dabei sagt doch niemand, dass du sie heiraten musst oder so. Es geht darum, dass du die Liebe zur Weiblichkeit in dir entdeckst. Ganz genau. Dadurch all diese Programmierung von ich muss Ansehen gegenüber anderen Männern haben, um nur dann bin ich was, dass du das verlierst. Weil genau das ist das, was dich immer wieder in diesem Hamsterrad hält von Eindrucksschinden, von Unehrlichkeit. Weil wir mit Unehrlichkeit auch diese Folge begonnen haben. Die Geschichte von Unehrlichkeit. All das ist dieses Hamsterrad, aus dem du dich befreien kannst, sobald du lernst, zu dir selber zu stehen. Sobald du lernst, dein Ego abzulegen und über dich hinaus zu wachsen. Und wirklich, weil einfach so viele Menschen fragen, wie schaffe ich es, dass es mir egal ist, was andere von mir denken. Haben wir auch vor einiger Zeit eine Podcast-Folge drüber gemacht. So, so, indem du es machst, indem du dir nicht mehr, nicht mehr Gedanken darüber machst, was andere von dir denken, sondern deinem Herzen folgst, weil du intrinsisch weißt, was gut ist. Machen. So viele Basics heute. Ja, machen. Und machen ist die wichtigste Basics von allen, weil du wirst nur weiser werden, wenn du aus Erfahrung sprichst. Darum machen. Sei nicht einer von denen, die ganz viel im Internet lesen und noch mehr, noch mehr Tipps und noch mehr Tipps und hey, Andi, wie wäre das in der Situation und der Situation und lies dir ganz viel an, ohne Erfahrung zu sammeln, ohne tatsächlich mit Freundinnen, mit Freunden zu reden, mit einer Frau mal beim Einkaufen zu quatschen, beim Spazierengehen mal jemandem Hallo zu sagen oder irgendwie zu probieren, außerhalb von deinem gewohnten Kreis, deiner Gewohnheiten, dich rauszuentwickeln, damit du mehr neue Gewohnheiten hinbekommst, damit du es schaffst, tatsächlich auch der Mann zu sein, nicht den Mann zu replizieren, zu imitieren, der du gerne wärst, sondern der Mann zu werden und dadurch der Mann zu sein, der du wirklich sein willst. Die Frage ist nicht, was muss ich tun? Die Frage ist, was für ein Mann muss ich werden? Denn wenn du der Mann wirst, den Frauen wollen, dann wirst du auch die Frau treffen, die dich will und mit der du den Rest deines Lebens glücklich zusammen verbringen kannst, weil du wirst Auswahl haben an Frauen und dann wird die Richtige darunter sein. Da wird nicht nur, Spoiler Alert, es wird nicht nur eine Richtige darunter sein, denn die Richtige gibt es öfters. Öfters. Also wenn es wirklich so krass wäre, dass die Richtige in 50 Kilometern Umgebung von deinem Ort wohnt, also was wäre das für ein krasser, krasser Zufall, dass die tatsächlich dort geboren wird, auch noch im selben Altersdurchschnitt ungefähr ist und also, nee, nee, du kannst auch irgendwo anders hinziehen und dort wirst du auch die Richtige finden. Die Richtige ist, überall gibt es die Richtige. Natürlich solltest du dann irgendwann auch die Entscheidung treffen, sie ist für mich die Richtige und dann wirst du mit ihr auch zusammen eine Beziehung führen, die unvergleichlich ist. Aber, du hast trotzdem Auswahl. Auch ich habe Auswahl. Auch meine Verlobte hat Auswahl. Wenn es mit uns nicht hätte klappen sollen, wenn es nicht geklappt hätte, dann wären wir beide nicht ewig einsam. 100% nicht. Wir würden beide immer noch jemanden finden und absolut glücklich werden mit diesem Menschen. und dennoch haben wir uns gefunden und haben uns dazu entschieden, weiterhin zusammen zu sein, weil wir uns lieben, weil das Ganze noch viel, viel, viel mehr Abenteuer in sich birgt, als wir bisher gehabt haben. Und das spüren wir beide und wir haben da Bock drauf. Wir wollen das gemeinsam erleben. Und aufgrund unserer gemeinsamen Werte und gemeinsamen Lebensvision und weil wir uns auch noch ganz schön höllisch, sexy und anziehend finden, wollen wir das Ganze auch gemeinsam machen. und die Liebe, die ich für Frauen habe, grundsätzlich für alle Frauen, die kommt bei ihr am meisten zu tragen, weil ich so viele Details an ihr einfach kenne, aufgrund der intensiven Zeit, die wir miteinander schon verbracht haben und die wir noch weiterhin miteinander verbringen werden, dass ich so viele Facetten ihrer Persönlichkeit kenne, die mich faszinieren, dass ich eben dort dann am allermeisten Impact habe, dass sie blüht. Und ich liebe es halt umso mehr, wenn sie blüht. Ich, das ist, Jungs, es gibt viele Geheimnisse für eine glückliche Beziehung, das ist eins von ihnen. Fang schon beim ersten Kennenlernen, von der ersten Sekunde an, sie als potenzielle Frau deines Lebens zu sehen. Alle Frauen sind potenziell die Frau deines Lebens, eine heiße Affäre oder eine gute Freundin oder ihr passt halt nicht zusammen. Aber dieses Potenzial gibt es überall. Und deswegen solltest du wirklich diese Liebe für Frauen, plural, überall an den Tag legen, weil dann wirst du die Chancen ins Unermessliche maximieren, dass da auch die Frau heute Abend dabei ist, mit der du vielleicht die nächste Woche, die nächsten Monate, die nächsten Jahre oder den Rest deines Lebens glücklich mit ihr verbringen wirst. 100%. 100%. Ich sage es ja, wir haben darüber oft gesprochen, ich werde nächste Woche in Florenz sein, da haben wir eine Tradition, wo es bei Date Night rausgeht und dann sage ich, bei Sonnenuntergang werdet ihr alle ein Date haben. Und wenn ich sage, dass das schon seit, seit 2016 mache ich den Workshop, das heißt seit sieben Jahren, jeder einzelne Workshop, alle Männer bei Sonnenuntergang auch ein Date hatten, dann liegt das nicht daran, dass sie alle per Zufall die Richtige gefunden haben unter diesen Tausenden von Frauen. Nein, das liegt daran, dass sie verstanden haben und es integriert haben, für alle Frauen eine Liebe zu entwickeln, diese Vorfreude zu haben auf Romantik, auf die Liebe, auf Abenteuer. Und mit diesem strahlenden Gesicht sind sie losgezogen und haben Menschen getroffen, die genau dasselbe dann zurückgegeben haben, zurückgestrahlt haben und daraus sind dann wunderschöne romantische Dates entstanden. Das geht heute schon, das kannst du heute schon erleben. Wirklich. Also so verrückt ist das Ganze. Wir bringen dir natürlich gerne das Flirten von der Pike auf bei, sodass du ganz entspannt erst in deinem Umkreis, mit Menschen, die du schon kennst, mit der Arbeitskollegin, mit Freunden, mit einem erweiterten Freundeskreis, Stück für Stück, Schritt für Schritt dort deine Fähigkeiten schulst. Das machen wir in der Flirtmasterclass. Komm zu uns in die Flirtmasterclass, wir schauen dann, ob das Ganze passt oder nicht. Also in die Flirttyp- und Charisma-Analyse sollte ich eher sagen. Der Link ist www.flirtanalyse.de findest du auch in der Beschreibung. Das ist ein kostenloses Gespräch, dann schauen wir uns ganz genau dein Potenzial an und geben dir den Leitfaden, wie du da hinkommst, um dein Ziel zu erreichen. Und das ist einer der wunderschönsten Erfahrungen und Abenteuer, die du in deinem Leben überhaupt haben kannst. Die Reise deines Lebens beginnt jetzt. Nicht morgen, nicht ich muss noch mal gucken, nicht nicht ganz und hier und da und ich muss noch erst meinen Job und dies und dann die Kinder und ich ziehe noch aus und all das. Und die Techniker kommen gerade rein. Das sind alles Ausreden. Sei ehrlich mit dir selber. Sag, ich will ein geiles Leben haben. Ich will es jetzt. Ich will jetzt anfangen, den ersten Schritt zu gehen. Denn aus tausend Schritten wird irgendwann ein Berg erklommen. Und dann kannst du loslegen. Ob du das mit uns machst oder alleine machst, ist mir nicht so wichtig, wie dass du es machst. Ja? Und dann schreib mir und sag, du hast es geschafft. Dann bin ich genauso happy. Ich bin über jede Nachricht happy von euch, wenn ihr sagt, ja Andi, mein Leben hat sich verändert, dies und das habe ich erreicht. Ich habe jetzt eine Freundin gefunden. Super, cool, mega. Schick mir mehr dieser Nachrichten. Damit du das schaffst, musst du dich entscheiden und musst machen. Die wichtigste Basics von allen, machen. Machen. Einfach machen. Hol dir die Erfahrung, entscheid dich und dann zieh es einfach durch. Entscheidung und machen und daraus kann ein glückliches Leben werden. Wie gesagt, wir helfen dir sehr gerne dabei. www.flirtanalyse.de für deine kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Und wie immer, fahr vorsichtig. Fahr vorsichtig. Für deine kostenlose Für deine kostenlose Tris-Typ- und Charisma-Analyse. Für deine kostenlose Für deine kostenlose